LibreOffice ist ein vollständig ausgestattetes Office-Paket, mit all den Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit schnell und effizient zu erledigen. Die Textverarbeitung-Reiter ermöglicht es Ihnen, durch das umfassende Vorlagensystem, komplexe und gut gestaltete Dokumente zu erstellen. Calc ist voll mit professionellen Features und integrierten Funktionen, die Ihnen helfen, Tabellen-Kalkulationen mit Leichtigkeit zu erstellen und zu benutzen. Impress ist ein hervorragendes Werkzeug zur Erstellung von abwechslungsreichen und effektiven Präsentationen, um Ihre Botschaften besser zu vermitteln. In Brant können Sie von schnellen Skizzen und Diagrammen, bis hin zu komplexen Plänen oder Flugblättern alles produzieren. Darüber hinaus enthält LibreOffice andere wertvolle Werkzeuge wie das Datenbank-Frontend-Base und Math zum Darstellen von komplexen mathematischen Gleichungen und Formeln. LibreOffice basiert auf dem Open Document Format, einem vollständig offenen und ESO-standardisierten Dateiformat, was den Zugriff auf Ihre Daten auch in ferner Zukunft gewährleistet. Aber es kann auch Dokumente vieler anderer Office-Programme öffnen und speichern. Trotz der umfangreichen Funktionen kann LibreOffice völlig frei verwendet, geteilt und geändert werden. Es ist Open-Source-Software. Damit kann jeder helfen, die Software zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen. Und tausende von Leuten haben das getan. LibreOffice wird von einer weltweiten Gemeinschaft entwickelt und unterstützt, weshalb es auch in über 100 Sprachen verfügbar ist und somit hilft, die digitale Spaltung in der ganzen Welt zu überwinden. Millionen Menschen nutzen täglich LibreOffice zu Hause, in Schulen, an Arbeitsplätzen und in Behörden, und ihre Zahl wächst ständig. Für Unternehmen, die zu LibreOffice wechseln, stehen kommerzielle Unterstützung und Migrationshilfen zur Verfügung. Probieren Sie es heute noch aus, besuchen Sie uns auf www.libreoffice.org. Laden Sie die neueste Version herunter und werden Sie produktiv mit Open-Source-Software, offenen Standards und der vollständigen Kontrolle über Ihre Daten.